Harley Omidi auf Tour. Sie fährt heute die Linie 2 in Eschwege vom Marktplatz zum Platz der Deutschen Einheit. Warte, komm, komm. Bei den Fahrgästen ist sie beliebt. Die ist nett, so vorkommend. Ich habe unterwegs gewonnen, dass sie anhält, denn sie hätte ja schon abfahren können. Sie fährt so sicher durch unsere Straßen durch. Die ist ja nicht immer leicht. Die ist sehr, sehr hilfsbereit. Wenn die merkt, das geht, weiß nicht, mit rauf und runter. Hallo. Ein Traum für jeden Fahrgast. Und bei der Deutschen Tugend Pünktlichkeit ist sie ganz vorne mit dabei. Die armen Leute stehen wärmer, kälter, Regen, Schnee, Halterstände, hat er einen Termin für eine Art oder wartet auf Zug. Deswegen muss immer pünktlich sein. Wenn man sie auf ihre Flucht aus dem Iran anspricht, kommen ihr auch heute noch die Tränen. Wir haben nur einen Reisekoffer gepackt. Das war's. Was kann ich so daran nehmen? Mein Vater, meine Mutter oder meine Haustiere? Gar nichts. Jetzt hat sie die deutsche Staatsbürgerschaft, lebt mit ihrer Familie in Eschwege. An der Schule ihrer Tochter fährt sie jeden Tag vorbei. Das ist meine Heimat hier, wie meine Heimat. Weil ich habe jetzt so viele Freunde, Bekannte. Ja, ich liebe jetzt Eschwege. Linie 2 zurück zum Marktplatz. Mit Halle Omidi bestimmt eine kurzweilige Fahrt.